Mit der 20. Auflage kommt der heurige Sozialbericht auch in leichter lesen. Bei uns ist jetzt der Abteilungsleiter Andreas Eichhörn. Ist für euch etwas Überraschendes dabei gewesen heuer? Wir sind im 20. Sozialbericht heuer einen guten Vergleich der Zahlen. Insbesondere im Bereich der Mindestsicherung und im Bereich der Grundversorgung kann man aus diesem Bericht entnehmen, dass die Fallzahlen erstmals seit vielen Jahren wieder rückläufig sind. Wenn man sich jetzt interessiert, was sozusagen im Sozialbericht drinnen steht, kann man den irgendwo auch als Bürger bekommen? Selbstverständlich. Der Bericht kann bei uns angefordert werden. In Druckversion, aber auch online abrufbar auf der Homepage des Landes Salzburg finden Sie diesen Bericht. Also es sind immer und oft viele Zahlen und Gerüchte im Umlauf, gerade zu diesem Thema. Wer es genau wissen will, einfach nachlesen im neuen Sozialbericht. Der Bericht basiert den Weg, der Bericht hat in der Affairs, den gibt es nicht immer noch mehr. Aber ich bin natürlich in der Wahrheit, die Bericht hat auch in der Millionenляung von der Ver Termin. Und ja, ich bin da. Ich bin da. Vielen Dank.